Ja, ich glaube, es war mal gut, auch runterzufahren, dass man heimkommt. Mit der Familie Zeit verbringt und ein bisschen abschalten kann, nach den doch sehr intensiven Wochen. Aber umso mehr, glaube ich, hat sich jeder wieder gefreut, dass es jetzt wieder losgeht. Ja, ich glaube, jeder Einzelne brennt auf das Spiel. Das ist ein Top-Spiel, ausverkauft. Und ich glaube, da muss man keinen großartig motivieren. Und das merkt man auch jetzt heute im Training. Da ist sehr viel Feuer drin, Intensität. Und da merkt man, dass sich jeder freut. Das ist ein Top-Spiel, ausverkauft. Ja, ich freue mich natürlich riesig drauf auf die Atmosphäre. Ich glaube, jeder für jeden ist, wie gesagt, was Besonderes vor so vielen Zuschauern zu spielen. Und ja, wie gesagt, es brennt jeder drauf und kann es gar nicht abwarten. Das ist ein Top-Spiel. Vielen Dank.